Es gibt auch mehrere Präsidenten, die korrupt sind. Also der, der am meisten korrupt ist, ist wahrscheinlich Donald Trump. Er hatte Fluggesellschaften, Spülcasino, Hotels, alles sehr gross, in Milliardenhöhe. Und er hat dreimal Konkurs gemacht, hat die Arbeiter nicht bezahlt. Also er ist als Geschäftsmann ziemlich korrupt gewesen. Und unser Silvio Berlusconi hat zum Beispiel seine Steuern nicht bezahlt. Und hat dann den Spitalböden aufnehmen und putzen, zur Bestrafung, die die Steuern nicht bezahlt hat. Und dann ist noch Wladimir Putin. Der ist ein ganz besonderer Fall. Er hat den Posten als Chemdienstchef. Also er kann sich erlauben, was er will. Bei ihm ist alles geheime. Und wenn man ihn fragt, wie viel Geld und wie viel Vermögen und wie viele Häuser er hat, sagt er, er sei reich im Herzen, aber Geld hat er keines. Also er kann seine Immobilien, seine Investitionen, seine Firmen wunderbar unter dem Deckelmente vom Geheimschutz halten. Aber ich habe schon gehört, dass das ganze Gassgeschäft von Wladimir Putin in Russland über ihn läuft. Und dann haben wir noch eine andere, die etwas zu sagen hat. Das ist Angela Merkel. Dr. Angela Merkel. Sie ist sozial hilfsbereit. Sie helft den Flüchtlingen. Sie nimmt sie auf. Sie schaut, dass sie das Bett haben. Dass sie das Sesse haben. Und sie sagt, wir arbeiten das schon. Und da hat sie recht. Es muss einfach auch etwas um die Tür. Die, die arbeiten. Die, die Asyl beantragt haben. Und die, die Hartz IV beziehen. Es wird also für viele etwas knapp um die Tür. Aber der Modell von dieser ganzen Geschichte ist, dass Angela Merkel nicht korrupt ist. Der Wladimir Putin, der Donald Trump und Silvio Berlusconi und der Regio Portugante eben schon. Die sind schon ein bisschen korrupt. Und die haben da sicher Milliarden angehäuft für sich selber. Aber weil das natürlich nicht angeht, dass sie die Steuern mitzahlen müssen. Und irgendwann, früher oder später, wird es denen so gehen wie den afrikanischen Diktatoren. Dass sie einfach mal ein bisschen im Knast gelandet, was auch gut ist. Damit auch die Betrügereien, Korruption und was sie sonst noch begangen haben, machen, dass das Tageslicht kommt und die Bevölkerung informiert wird, wie sie einfach raffgierig Milliarden an sich gerissen haben.